Es ist so schön, unter über acht Milliarden Seelen, die einen Körper wählten, gibt es keine so wie dich auf dem Planeten, weil nichts in diesem Universum gleich ist. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Das ist ein strahlendes Ballett der Schönheit. Und du bist Teil davon. Es braucht nur noch deinen Mut, deine Blüten zur Entfaltung zu bringen. Und wenn deine Blüten in einer vollen Pracht entfaltet sind, wird die Welt auf deine Schönheit, auf deine Individualität reagieren. Was ist es denn, was dir besonders viel Freude bereitet? Dabei geht es nicht um den Wettbewerb, was du besser kannst als andere oder wo du bessere Noten hattest. Es geht nur um deine Freude. Wenn es dir Spaß macht, ist es richtig. Wenn es dir Freude bereitet, ist es für dich bestimmt. Lass uns heute die Unwissenheit besonders groß machen, um zu erfahren, dass wir noch etwas lernen dürfen. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind.